Was auch passiert, Sie haben ja uns. Und zum Glück ist er gut versichert. Was auch passiert, wir sind für Sie da. Zum Glück ist er gut versichert. Ja, wir sind für Sie da. Schön, aber ganz schön windig heute. Was auch passiert, Sie haben ja uns. Und zum Glück ist er gut versichert. Guten Tag, Herr Schmidt. Ich wollte mich nochmal für die gute Betreuung in den letzten Wochen bedanken. Guten Tag, Herr Weizel. Ach nein, nicht schon wieder. Zum Glück bin ich gut versichert. Ja, zum Glück sind Sie gut versichert. Loka Welt, wo man Lokales erhält. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Vielen Dank.